Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Wenn der Winter kommt, holen wir Menschen unsere dicke Winterkleidung aus dem Schrank. Die schützt uns vor der Kälte. Außerdem beheizen wir unsere Häuser. Die Auswahl an Nahrungsmitteln ist für Menschen im Winter kaum eingeschränkt. Frisches Obst und Gemüse wird nicht selten aus warmen Regionen eingeflogen. Aber was machen andere Säugetiere im Winter? Wie überstehen sie die kalte Jahreszeit? In diesem Video wollen wir verschiedene Möglichkeiten, man kann auch Strategien sagen, kennenlernen, um durch den Winter zu kommen. Der Winter ist für viele Säugetiere in unseren Breiten eine sehr schwierige Jahreszeit. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.